Wir leben in einer sich ständig verändernden Welt. Diese Veränderungen werden gerne mit den Kürzeln VUCA und BARNI beschrieben. Die Bildung muss sich den Veränderungen und Herausforderungen unserer Zeit stellen können und dementsprechend reagieren. Die Bildung muss also agil werden. Doch was bedeutet das? Agil zu denken und zu handeln bedeutet, auf Veränderungen adäquat reagieren zu können. Agil zu handeln bedeutet, auf der Grundlage aktueller Fakten und Einflüsse Entscheidungen zu treffen und die sich dadurch neu ergebenden Situationen als Grundlage für Kommendes zu betrachten. Das agile Rahmenwerk Scrum ist eine sehr gute Möglichkeit, agiles Arbeiten und Lernen im Unterricht und in der Schule einzuführen, zu erproben und zu erlernen. Schon Anfang dieses Jahrtausends wurden die vier Cs im Framework for 21st Century Learning vorgestellt, in Deutschland dann die vier Ks. Ich bevorzuge die Erweiterung der vier Cs auf sechs Cs nach Michael Fullan, da die vier Cs um die meines Erachtens nach sehr wichtigen weiteren Kompetenzen Compassionate und Citizenship ergänzt wurden. Compassionate, also Einfühlungsvermögen, ist ein erklärtes Ziel der Bildung für das 21. Jahrhundert. Mitgefühl und Einfühlungsvermögen sind die Grundlage für vertrauensvolle professionelle Beziehungen und eine gelingende Gestaltung des sozialen Umfeldes, auch im Berufsleben. Citizenship, die Fähigkeit, an einer demokratischen Gesellschaft teilhaben zu können, ist eine weitere wichtige Kompetenz. Sich selbst als Teil einer Gemeinschaft zu erkennen und partizipieren zu können, ist ein sehr wichtiger Skill für die Gegenwart und die Zukunft, für Lehrkräfte und Lernende. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, das ist ein sehr wichtiger Punkt,